Chapeau Schalkes Entscheider haben endlich etwas entschieden. Jochen Schneiders Vertrag in diesem Sommer aufzulösen, kann aber nur der erstes dreiköpfige Team-Kaderplanung verschafft dem Aufsichtsrat Zeit, aber nur ein bisschen auf Schalke wird ein neuer Sportvorstand gesucht. Imago Images als der Kicker am Januar exklusiv vermeldete, dass der FC Schalke schon den Nachfolger für Jochen Schneider sucht, fühlte sich der Verein gemüßigt, eilig eine Gegendarstellung zu veröffentlicht. Die Meldung sei falsch, ließ sich der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchtal damals zitieren und behauptete, der Aufsichtsrat arbeitet nicht daran, einen Nachfolger für Jochen Schneider zu finden. Knappe vier Wochen später gibt der Verein nun bekannt, dass sich der Aufsichtsrat mit Schneider auf die Auflösung seines Vertrags im Juni 2021 geeinigt hat. Das aus Mike Büstens, Norbert Elgert und Peter Knebel bestehende Team-Kaderplanung nimmt die zweigleisigen Vorbereitungen für die nächste Saison in die Hand, Schneider darf dem Trio beraten. Die Suche läuft, es lässt sich also feststellen. Gesucht haben Buchtal und Co. sehr wohl auch schon damals einen Nachfolger für Schneider, nur gefunden haben sie noch immer Ex-Profi Büstens. Jugendtrainer Ikone Elgert und Knappen Schmiede Kopf Knebel springen als Übergangslösung ein. Der Klub, allen voran der Aufsichtsrat, muss den dreien sehr dankbar sein für diese Bereitschaft. Sie verschaffen den Entscheidern Zeit bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand, der jedoch nicht erst im Sommer im Zuge von Schneiders vertraglich fixiert im vorzeitigen Ausscheiden kommen darf, sondern lieber heute als morgen präsentieren. Es geht schließlich nicht nur um die Planung des Kaders, auch die Verpflichtung eines neuen Trainers. Dieser sollte von niemand anderem als dem neuen Sportvorstand ausgesucht werden, was ebenso für den Sportdirektor gilt, den sich der Verein schon seit vielen Monaten wünscht. So lange laufende Verträge der Kader. So lange laufende Verträge der Kader. So lange laufende Verträge der Kader.